Hallo meine Freunde, die Exe von Zoronogamings hier und herzlich willkommen zu dem ersten neuen aufgenommenen Video nach der Woche, wo ich weg war. Der Rest, der jetzt kommt, Agony und so, den haben wir schon alles aufgenommen vorher. Auf jeden Fall seht ihr ja, Season 5 ist rausgekommen, das habe ich auch in meiner Updates mitbekommen. Und natürlich werde ich dann auch ein Update bringen oder ich werde euch mehrere Updates aufteilen, die, das werdet ihr dann nochmal sehen. Auf jeden Fall kommen jetzt Agony, Captain Spirit und der ganze kam halt weiterhin auch und halt natürlich auch jetzt die Update zu Season 5, was halt jetzt alles neu dazugekommen ist. Heute oder jetzt möchte ich euch erstmal, oder mit euch erstmal kurz die Lobby angucken. Ihr seht ja, es hat ja was mit Wüstung zu tun. Ich habe mir auch schon YouTube-Videos angeguckt, um mir halt die Karte auch ein bisschen anzugucken, bin natürlich auch ein bisschen heißer drauf. Und ja, es gibt natürlich auch neue Skins, wir haben uns auch schon Season 5 gewohnt, mein Bruder und ich, Battle Mode. Halt auch, sind jetzt bis Level 11 und haben jetzt auch ein bisschen Charakter hier und dieser Charakter ist wie der erste auch mit dem blauen. Er verändert sich immer und wird meiner Meinung nach immer cooler und ich finde das letzte richtig cool, nämlich 6, richtig geil. Die haben wir auch bekommen. Und ja, Herausforderungen. Natürlich gibt es jetzt nur ein Charakter, dann eine Drift, kann man halt die Spitzsache bekommen und man muss halt immer weiter leveln. Den ersten Charakter oder man kann man immer weiter leveln, das geht auch wieder bis Woche 10. Natürlich gibt es dann auch wieder Herausforderungen und diesmal ist es so aufgeteilt, dass es 4 Battle Pass-Herausforderungen gibt und halt 3 normale, damit halt jeder so ein bisschen leveln kann. Finde ich nicht schlecht, das haben die ziemlich gut gelöst. Und ja, sonst hat sich nichts groß verändert, natürlich halt wie die Spinn-Sachen und so. Es kommen halt immer neue Skins und Emotes, das ist klar. Aber ja, neue Lobby, neue Season 5 oder neue Season mit Season 5 jetzt, neue Karte und ich bin jetzt auch endlich aus dem Motto Braus. Ich freue mich auf euch wieder, ich freue mich wieder ein paar Videos hochzuladen. Ich zahl aber echt wieder dieses Schwitzen in den Fingern, irgendwas zu machen. Und ja, ich freue mich, wir sehen uns dann beim nächsten Video, euch noch einen wunderbaren Tag. Bis dahin, ciao.